Komme schon! Hier wird nicht rumgelungert. Hör zu, ich bin ein vollkommen normaler Kunde. Ich verlange deshalb, bedient zu werden. Hast du getrunken? Nur Alkohol, das verspreche ich. Was ist denn los? Nichts, was nicht ein kleines Feuer reparieren könnte. Weißt du, unsere Freundin Andy hatte um ihrer geistigen Hygiene-Wählen beschlossen, ihr Leben von mir zu bereinigen. Auf der Strecke bleibt der Inhalt dieser Kiste. Einen stabilen Steg habt ihr hier. Hi, Joey. Joey? Ja? So, mein Gefallen. Es ist vielleicht besser, wenn ich so nicht nach Hause gehe. Willst du meinen Vater anrufen und ihm sagen, dass ich hier bin? Ja. Alles, ja, mein Name. Ich komm! Ich komm! Na ja. Ich komm! Ich komm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017